Dritter und letzter Lauf zum 1. Haushoch Landelkampf Austragungsort der Kasberg in der Grünau. Während in der Mannschaftswertung mit der Ski-Uni und Taufkirchen der Sieger bereits feststand, ging es in den Einzeldisziplinen Damen und Herren um die beräumte Wurst. Und was auffiel, wieder ein riesen Starterfeld und eine top präparierte und vor allem toll gesteckte Piste. Zufrieden natürlich die Organisatoren des 1. Haushoch Landelkapps. Selbstverständlich bin ich motiviert. Es waren drei super Rennen mit einem riesen Starterfeld. Heute Tag Kirchen mit 160 circa. Ich möchte den Organisatoren herzlich gratulieren. Das ist eine super Ausrichtung. Der Haushoch Landelkapp im nächsten Jahr mit Sicherheit kein Thema. Kein Thema. Wir werden sicher wieder die Veranstaltung durchführen. Wir werden schauen, dass wir vielleicht ein, zwei Vereine dazugewinnen. Und damit wird die Region noch werbelebt. Ein weiterer Mitorganisator, der Ski-Club Park. Einer der drei großen, darf ich sagen. Wie zufrieden mit dem 1. Haushoch Landelkapp. In erster Linie sind wir sehr zufrieden. Das zeigt das große Teilnehmerfeld. Wir haben in Haag am Haushoch, wo das erste Rennen war, ein Klick gehabt mit dem Wetter, mit dem Schnee. Insofern haben wir da ein sehr großes Starterfeld gehabt. Und wir sind sehr zufrieden, dass bei Haag und überhaupt bei den letzten drei Rennen so viele Leute startet worden. Ja, was erwarten wir so in den nächsten Jahren von diesem Haushoch Landelkapp? Wir haben alle Fälle erwarten uns, dass das Teilnehmerfeld so aufrecht zu bleiben. Und immerhin, dass sehr viele Leute mitfahren, so wie wir es jetzt fahren. Und die Idee ist, ausgefangen auf den Raschburg zu suchen. Und wir sind sehr zufrieden, dass das so bleibungslos verlauft ist und vor allem umfeldfrei. Ja, wenn wir es jetzt so ein bisschen rückbetrachtet, was waren die Höhepunkte oder die Stärken dieses Cups? Wo gibt es vielleicht noch ein bisschen was zum Verbessern? Ja, ich glaube, zu verbessern gibt es immer wieder was. Wir haben das heuer zum ersten Mal probiert mit den drei Vereinen, Gaspol zu Hoffenhag und Dorfkirchen. Aber es ist alles, glaube ich, zu vielheitlich abgelaufen. Übrigens, liebe Sportfreunde, diese verwackelten Bilder sind nicht entstanden, weil Mr. Fairplay Nelly Andreas Nellweg zu viel an Jagertee erwischt hat, sondern weil er sich als rasender Kameramann auf Skiern versucht hat. Das letzte Rennen zum ersten Hausoklandl Cup, das dritte Rennen hier auf dem Kasberg, Organisator, die Ski-Uni und Dorfkirchen, Karl Drinkfass, eine riesen Idee dieser Hausoklandl Cup. Ja, ich glaube schon, dass das wieder eine Beilebung ist für die ganze Region. Man sieht es, dass sich Goldsportshofen jetzt wieder entwickelt hat. Das haben wir ein paar Jahre, haben wir neue Mitglieder und die Konsuläre haben sich bereits neu zusammensetzt. Das kommt ja die weltweite Aufkunft, die wir jetzt hier im Lagen aufkommen, vor Goldsportshofen und ich glaube, der Idee, was dadurch geboren ist, müssen wir sicher weiterarbeiten, weil der Anhang und das Starterfeld, das wir haben, ist gewaltig. Ja, wenn du jetzt zurückblickst, Karl, auf diese drei Rennen, das erste natürlich traumhaft, Start in Haag am Hausok, auf der Luisenhöhe, was würdest du als die Highlights, die Höhepunkte bezeichnen und wo gibt es vielleicht noch Verbesserungen in den nächsten Jahren? Ich bin ja eigentlich überrascht, dass das erste Rennen gleich so gut gelobt hat, dass es gleich so bestatterhaft, dass es so gut angenommen worden ist. Die Highlights von den Rennen, es ist für die alten Läufer, wie ein Rusche, Willi, die, die jahrelang gefahren sind, bei denen wieder mitfahren, wieder dabei sind, oder ganz egal, überall, wie ein Spatzhofen, der Boze oder der Kierkler, Bichler, Lewis, die Jungen alle wieder einen gewaltigen Biss gekriegt haben. Ich glaube, das ist ja das Interessante, dass der Nachwuchs und die alten alle miteinander wieder viel unterwegs und in der Gemeinschaft viel verstanden sind. Wichtig natürlich auch die Medien, nehme ich an. Ganz wichtig, das werden wir nie vergessen. HT1 müssen wir sich wirklich herzlich bedanken, dass das gleich die Idee aufgenommen haben, gleich mit da haben. Die haben genau so wie wir, Goldspotshofen, Haag und der Kierkler, haben die das gesehen, dass das eine Zukunft hat und sicherlich eine Fortschritte macht. Und für den HT1, glaube ich, kann man nur gratulieren auch für die Berichterstattung von Haag, wie sie das gemacht haben. Das war gewaltig und ich bin auch froh, dass sie heute wieder kommen, dass sie Strabazen am Karsberg aufbauen. Ich glaube, dass sie sicher eine super Rennung war und mit dem Bericht von HT1, wir haben bei euch wirklich recht herzlich bedanken. Hier bei den Herren ist sehr knapp zugegangen beim ersten Hausrück-Gnadl-Cup. Knapp, aber immerhin Gesamtsieger. Vielleicht stößt dich auch ganz kurz vor, Robert, für unsere Serie, für wen du fährst und seit wann? Ja, mein Name ist Robert Krauthofer, fahrt bei einem Skigluck in Haag am Hausrück. Seit wann eigentlich, ja, ich habe so lange zurückgegangen können. Ja, zurück zum heutigen Lauf. Relativ langer, schwieriger Lauf. Ja, schwierig in dem Sinn, weil eigentlich von der Sicht her hast du nichts gesehen, weder weint dann noch die Rüden. Lang, ja, die Länge muss man trainieren, sollte man trainieren. Ja, jetzt bist du beim ersten und zweiten Lauf, ja, jeweils zweiter geworden. Heute ein bisschen weiter hinten, an was ist gehen, glaubst du? Ja, ich habe mir beim Motto groß von ein paar drei Jahren das Knie ziemlich demoliert. Ich bin jetzt zwei Jahre gar nichts gefallen, bin Haag das erste Mal. Und jetzt, eben die drei rennen halt sonst nichts. Und der heutige Lauf, die anderen zwei Läufe ist ja ein bisschen besser gegangen. Heute eher im geschlagenen Feld, aber es hat eben gereicht. Der heutige Lauf, schwieriger, oder bist du eher ein Konditionsmensch, dass du zwei Läufen brauchst? Nein, zwei Läufen schadet ihn sicher nicht, weil wenn du da einen verhaust, dann hast du nur eine Chance für den zweiten. Nein, aber, ich muss ehrlich sagen, durch die Sicht, die hat man nicht rausgegangen. Ja, jetzt allgemein, deine Meinung zum Haushochlandlcup? Ja, es ist einmal ganz gut und es ist höchste Zeit geworden, dass wieder einmal so etwas gemacht wird, weil bei den Kindern hat es eh früher schon einmal Haushochlandlcup-Rennen gegeben. Und ja, es ist gut, dass es für Erwachsenen auch so etwas gibt wieder. Das heißt, diese Idee sollte deiner Meinung nach wahrscheinlich fortgesetzt werden? Unpassiert. Auf jeden Fall. Ich bin Steffi Nebozze und bin auch ein ganz besucherer. Seit wann fährst du Ski? Seit meinem vierten Lebensjahr ungefähr. Ja, jetzt hast du ja den Gesamtsieg relativ locker geschafft. Im Gegensatz bei den Herren, da war es ja sehr knapp. Du so viel im Training, oder? Nein, ich bin einfach nur so gefahren, so schnell wie ich heute bin. Gratulation an alle Beteiligten des ersten Haushochlandlcups. Gratulation an die Sieger bei der Mannschaft die Ski-Union Taufkirchen, bei den Damen Stefanie Potzi aus Gaspolzhofen und den Herrensieger Robert Krausgruber aus Haag. Übrigens alle Ergebnisse und auch die Gewinner der einzelnen Klassen wie immer unter www.ht1.at. Fairplay freut sich auf den Haushochlandlcup 2003. und 3. Musik Vielen Dank.